Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu DIY Inspiration und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Haul Video. Ich habe hier mal wieder ein bisschen was eingekauft und zwar bei Müller und es ist von der Firma Crystal Art. Ich habe das von Disney geholt. Croft Buddy haben wir hier einmal diese beiden kleinen Packs, einmal Elsa von Frozen, dann habe ich hier die Grinsekatze von Alice. Super süß, das ist Serie Nummer 2, das ist Serie Nummer 3. Ich hatte davon aus der ersten Serie schon mal ein paar Star Wars Figuren. Super niedlich, die sind immer mit so einem kleinen Ständer dabei und lassen sich dann halt richtig niedlich hinstellen. Sonst ist da eben auch alles an Zubehör dabei, was man braucht. So kleine Holzplatten und wir haben hier dann den Diamond Painting Applikator dabei. Man kann auch drei Steinchen gleichzeitig kleben. Grinsekatze finde ich mega niedlich und Elsa natürlich auch. Mal schauen, welches ich davon vielleicht gleich nochmal austeste. Oh, hier haben wir hinten drauf übrigens die komplette Serie Nummer 3. Haben wir mal gucken, ob ich sie alle kenne. Captain Hook, Daisy, Donald, Goofy. Dann haben wir hier Winnie Pooh, Peter Pan, Tinkerbell. Oh, der ist aus Nightmare Before Christmas, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie er heißt. Wir haben Elsa, Anna und Olaf und wir schauen hier einmal drauf. Ach hier, okay, Serie Nummer 2 ist ein bisschen umfangreicher. Da haben wir einiges an Figuren. Da zähle ich jetzt nicht alle auf, aber es geht von Star Wars über hier klassische Prinzessin. Dann haben wir hier Bösewichte von Disney dabei. Hier nochmal klassische Disney-Figuren. Und dann haben wir hier unten Superhelden bzw. von Marvel-Figuren. Also sehr, sehr cool, sehr gemixt. Und die beiden habe ich auf jeden Fall aus Serie Nummer 2 und Serie Nummer 3. Und ich habe hier dieses große Pack geholt. Es ist von, also auch mit Disney, mit dem 100 Jahre Logo drauf. Es sind Sticker. Es ist von der gleichen Firma. Es ist ein Sticker Starter Pack. Ich hoffe, denke, dass es Diamond Painting Sticker sind. Und hier sind auch so Steinchen drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es sind über 100 Sticker zum Sammeln. Und es ist das Starter Pack. Also wir gucken uns das mal an. Mal schauen, was es hier jetzt tatsächlich zu entdecken gibt. Okay. Wir haben hier, es raschelt schon mal, da sind definitiv Sticker mit drin. Wir haben hier so ein Starter Pack. Kleine Tütchen, das Schiffchen und den Stift auch. Auch hier hinten für drei mit dabei. Und dann schauen wir mal weiter. Hier nochmal Sticker dreimal. Und wir haben hier das Heft. Also mal gucken. Sticker Album. Ah, okay. Ich verstehe es so langsam. Es gibt hier die einzelnen Figuren, die man einkleben kann. Kann man auch schön raten, wer da wohl hinkommt. Sehr cool. Und dann gehe ich davon aus, dass es in den... Oh, hier. Das sieht mir stark nach Star Wars Seiten aus. Und hier hinten, das sind auf jeden Fall Marvel Seiten. Sehr, sehr cool. Also viel von Disney dabei. Hier sind jeweils drei Sticker drin, die ich dann schon einkleben kann. Und ich denke, es sind Diamond Painting Sticker wahrscheinlich in diesem Look mit ein paar weniger Steinchen vielleicht. Ich bin sehr gespannt. Also wir machen das mal auf. So, wie mache ich es am besten auf? Gibt es hier eine vorbereitete Öffnung für mich? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss das Ganze aufschneiden. Ich habe natürlich eine Schere bereit liegen. Ich hoffe, ich schneide nichts kaputt. So, dann schauen wir mal, was wir in diesem Dreier-Sticker-Umschlag drin haben. Ja, wir haben Steinchen, die sehe ich schon mal. Oh, wir haben Mulan. Sehr cool. Meine Vermutung war tatsächlich relativ gut. Ein bisschen kleiner. Aber auf jeden Fall einiges an Steinchen zu kleben, finde ich sehr cool. Ist eine sehr schöne Größe. Also, das habe ich. Dann Spannung. Oh, 101 Dalmatiner. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist der Papa, bin ich ziemlich sicher. Pongo? Wenn es richtig ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir haben hier einen Stormtrooper. Also, wir haben Mulan, wir haben 101 Dalmatiner und wir haben ein bisschen Star Wars. Hinten die Steinchen. Tatsächlich hier recht übersichtlich. Grau, grau und schwarz. Hier tatsächlich nur schwarz und weiß. Hier sind ein paar mehr mit dabei. Also, drei Sticker und ich habe natürlich noch mal drei. Mehr Spannung. Also, finde ich, ist ein sehr cooles Konzept. So. Und wir schauen rein. Ah, sehr schön. Oh, Aristocats. Und, ähm... Ach Gott, äh... Spider-Gran. Ich musste gerade überlegen, wie sie heißt. Ja, sehr schön. Aristocats. Dann haben wir hier Buzz Lightyear. Und, ähm... Besonders den hier mit dem Glitzer finde ich sehr, sehr cool. Also, ich habe, ähm... Klassisches Disney dabei. Ich habe Pixar dabei. Ich habe Marvel dabei. Und ich habe Star Wars dabei. Ein guter Mix. Und, ähm... Hm... 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 Ich glaube, ich mache tatsächlich hier Spider-Gran. Finde ich am coolsten gerade. Und mit dem Glitzer ist es auch absolut mein Highlight dabei. Also, das mache ich noch in diesem Video. Und dann werde ich bestimmt auch noch eins machen, wo ich die Grinsekatze mache. Aber jetzt seht ihr erst mal hier, wie das mit dem Diamond Painting Sticker funktioniert. Und natürlich auch, wie der dann im Heft aussieht. Also, erst mal alles wieder zusammenräumen. Ich packe die einfach mal wieder hier mit in die große Tüte rein. Finde ich sehr schön, dass die Steinchen hier direkt mit reingepackt sind. Sehr, sehr süß. So, das kommt erst mal zur Seite. Die kommen auch weg. Hier habe ich ja das Album, wo die Sticker reinkommen. Und hier kleiner Spoiler. Aha, wo kommt sie denn hin? Die sind hier wirklich sehr ähnlich nebeneinander. Aber ich gehe hier nach dem Bein. Das wird sie hier sein. Also, da kommt sie gleich hin. Aber vorher muss ich sie natürlich noch fertig machen. Ich finde es sehr schön, dass es glitzert. Ich weiß nicht, ob diese Version, also dieser Sticker immer glitzert. Oder ob ich dann eine Special Edition habe. Sehr spannend. Muss ich nochmal recherchieren. Also, hier haben wir den Sticker. Dann habe ich hier die Tütchen mit den Steinchen. Wir haben das hier von A, B, C, D, E. Oh, in der falschen Reihenfolge. Also, von rechts nach links. Nicht von links nach rechts. Hier habe ich dann das gesamte andere Material, was ich brauche. Und dann kann es auch gleich schon losgehen. Ja, jetzt habe ich es hier mit drin. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020